Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem nächsten Unboxing von mir. Wie man schon sehen kann, habe ich heute Post bekommen vom FBI. Da drin befindet sich eine Steelbook. Und zwar die Ultimate Edition von J. Edgar von Clint Eastwood mit Leonardo DiCaprio. Das ist die französische Steelbook. Natürlich dann auch Dolce & 5.1 dabei. DTS-HD Master Audio, Dolby Digital. Hier ist DVD und Blu-ray drin. Wir werden das Ganze mal auspacken. Dann werde ich mir den Film anschauen und dann werde ich euch auch natürlich berichten, wie der ist. Ich selber kenne ihn auch noch nicht. Das hier oben ist natürlich fest drauf. Hier unten haben wir nichts weiter. Das ist angeklebt. Mit Klebepunkten kriegt man auch super ab. So sieht die Rückseite aus. Dann schauen wir mal rein. Ich glaube, hier ist ein Digitalkode bei. Den werde ich mal rausnehmen. Natürlich auch ein schönes Inlay in Farbe. Hier haben wir die Blu-ray. Und hier die DVD. Und da haben wir auf der Seite dieses Bildchen drauf. Ich werde den Film jetzt anschauen. Und dann werde ich euch berichten, auch wie der war. Ob sich der Film lohnt. Und ja. Ich würde sagen, bis gleich. Euer St-Book. Herzlich willkommen wieder zurück. Ich habe mir den Film jetzt angeschaut. Und ich muss euch sagen, der ist richtig gut. Also mir gefällt der richtig klasse. Da geht es halt darum, dass dieser J. Edgar Hoover, das ist der Gründer vom FBI, das wird da richtig gezeigt, wie er das halt so gründet alles und wie das alles das so abläuft und so. Gespielt von Leonardo DiCaprio und der Film also hat mich richtig umgehauen. Ich fand ihn richtig klasse und ich kann ihn euch wärmsten empfehlen. Ja, das war es erstmal wieder von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Euer St-Book.